Warte, ich will nicht reifen. Ja, das muss ich mal. Nein, nein, das steckt so aus. Nein, das soll die Kacke. Warte, ist mir richtig? Nö. Wow. What the fuck? Hallo. Ich hab euer Auto wieder hingeschoben. Ja, ey, lass doch mal die Kabel beruhlen. Ich bin die Rosane Bedrohung. Schalalalala. Warte, als ob man mir die Kurven nehmen kann. Äh, wir müssen... Direkt dahinter. Hier lang. Ach, scheiße, die da hinten. Ach, fick dich. Es gibt später... Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich weiß, genau die hab ich nämlich gemeint. Ich hab Viecher hinter mir. Flugviecher. Jede Menge. Oh. Ach, die. 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 Jetzt ab. Oh. Oh. Alter, da spritzt auch das Blut. Wuiiii. Warte, gleich treff ich heute. Ich auch, warte. Na. Erwischt. Ach, scheiß drauf. Au, 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 au. Einfach spammen hier. Ey, ich seh's halt nicht mal. Ha, erwischt die Sau. Erwischt. Kleiner Wixer, du. Oh, die kommen grad schön auf uns drauf. Warte. Wuhuuu. In die Luft. Großen Wixer. Oh, das ist die Weifel ausgetaucht. Natürlich ist eine. Das sind die Dicken. So, lass erstmal hier ein paar Sachen aufsammeln. Eine ist hier nur irgendwo. Ey, mir nicht auf die Eier. Mir schockt dann, wenn du sie haben willst. Hier ist ein Sniper, aber eine schlechte. Was ist hier? Schwierer, Viecher? Ah, hier. Sniper. Oh, ja. 432, weil der ist viel besser als meines. Lass ihn mal für Sandro liegen, wieder die Schottkanz. Ich hab auch so eine, warte, ich schieße so. Huiiii. Hier. Feuerwerk. Huiiii. Jetzt sieht es geil aus. Ich bin eine Welle. Warte mal kurz. Hm? Müsstest du es haben? Was ist das? Nö, ich hab eins. Das ist genügt, genau. Ja, auf jeden Fall. Wollt ihr die? Genau, ich habe das zwar für ein Arsch. Ähm, warte, 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 warte. Ähm, ähm, ähm... Kann man auch einen Fuh' führen? Ja. Ah, ich bin voll scheiße. Warte kurz. Ähm... Und die hätte ich noch, die ist nicht schlecht. Es ist wie Christmas. Wuuu. Davon steht ein Eldersgack und merke nicht, dass ich auf ihn schieße. Schau dir mal die zwei an. Ja, die eine habe ich schon den Rest. Ja, die habe ich schon gesehen. Erstmal? Warte. Warte. Das hier. Warte. Warte. Das hier. Warte. Hat irgendjemand auf uns? Nö. Nö. Chris? Ah, ich glaube meins. Meins ist cool. Nee, die behalte ich noch. Loh, schieb mich, Bitch. Escape. Ich drück doch Escape. Äh... Das hier wird ticken. Hm. Gut, ich habe ein 204er-Schild. Wir müssen da rein. Übrigens, da kann man kein Auto verwenden. Nein. Lalalalalala. Ich drück doch mal hier. Komm. Was du nicht sagst. Hm. Ich drück jetzt richtig kräftig einen ab. Was ist das? Ich habe mein Geschütz nur geworfen. Wazul? Das brauchen wir jetzt. Oh, das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut. Da gibt es voll die fetten Viecher jetzt. Am Anfang. Ich weiß. Ich habe kein Geschütz. Ich habe keine... Doch, ich habe keine Ahnung. Und soll ich sagen, wo wir hingehen? Und zwar genau hier drauf. Auf diese Röhre. Die Röhre ist ein Freund. Das haben wir doch schon mal gemacht, oder nicht? Warte mal. Den Trick hier mit. Ja, privater Ball. Ja. Prie, 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 prie. Friss mein Gewehr. Fuck. Fuck. Haha. Erstmal draufhalten hier. Du frisst gerne Kugeln den ganzen lieben langen Tag. Der wird wohl wissen hier. Komm mal her, du. Ey, mein Kleiner. Huuuui. Zack. Zack. Alter. Ich bin auf die Eier. Leute, ich habe nur 17 Leben. Ich bin auf den Dicken hier. Oh oh, Bersacker gleich vorbei. Die muss hier weg. Ah, meine Granate hängt. Ja, der ist weg. Zack. Nein, leg noch. Ich habe es nicht kommen. Alter. Boah, ich brauche die Spitze. Oh, ich muss hier weg. Oh fuck. Ich muss einen töten. Warte. Warte. Jo, hab ihn. Warte, ich habe den geschützt. Ja. Obwohl. Das brauchen wir gar nicht mehr, oder? Das brauchen wir nicht mehr. Der kommt nicht mehr vorwärts. Nee. Komm, komm mal her, du. Komm mal her, du. Kriss, meine Kugeln. Level up. So, warte, Schrottwinte. Gemessert würde ich mal sagen. Geld, Geld, Geld. So, ich gehe mal kurz Muni kaufen hier. Ich brauche mal was. Ich habe SMG Muni rausgehauen wie eine Nutte. Ich brauche erstaunlich wenig eigentlich. Ich verkaufe jetzt einfach mal ein bisschen Shit. Oh ja. Ich kaufe gerade wieder. Ich habe 10.000, äh, 11.000 von daher. So, was verdrücken wir denn? Gesundheit. Danke. Danke schön. Hier gibt es ein Schild mit 174 für 4.800. Sonderangebot zurzeit. Brauche ich nicht, ich habe nämlich noch gerade eins gekauft, von daher. So, jetzt machen wir mal ein bisschen... Das sind das Beste, was es unten hier. Okay. Killing an enemy, while berserk is active, regnet some of your health. When your shield is depleted, you gain 5 seconds of powerful shield. Oh my god, geil. Killing an enemy increases your fire rate with all weapons. Das hört sich natürlich auch nicht schlecht an. Okay. Also ich werde mehr auf... Ähm... Also Damage werde ich nicht so viel machen. Ich werde mehr hier auf... Reloading... Hm... Hm... All right. All right! So... Warten wir noch? Da oben ist sich... Pass auf... Zwölf... Alphas... Gag... Gag... Das ist mir von mir. Nicht erwischt... Du Sackgesicht... Schrot und der Warte. Oh ja, jetzt... Ach, ich bin da auch schon nicht wieder ausvollgestellt. Ich bin dann da auch schon vorgestellt. Ah, ich bin dann... Ich bin dann da auch schon vorgestellt. Na komm, geh halt das drauf. Na komm, geh halt das drauf. Jawohl. Geh doch. Schön. Schöhn. Ach, ich bin da auch schon. Ich bin dann da auch schon. Ja, das ist das so. Streckt er jetzt von mir raus, ey. Warte, die neue SMG ist echt neu. Hinter dir! Sandro! Warte, ich geb dir mal so ein bisschen was aufs Maul, warte. Was kann ich abhauen hier, du dreckst du? Scheiß Wichse, ey. Hm, hm. So. Ich seh, gell? Ich mach mal Lebensregeneration, wenn wir... geschützt werden. Ja, das ist gut, wenn man in der Nähe steht, dass man... ja. So. Theoretisch... Ja. Apfel musen wir zurück, glaub ich. Ne, oder? Was will ich? Nix ist. Wo muss man denn hin? Ah, da muss man. Ich muss den Typen dort töten. Ah, da muss man. Ah, okay, jetzt da oben, da nach rechts rum, okay. Apfel musen. Apfel musen, apfel musen. Apfel musen. Apfel musen. Oh, Digger, Digger, Digger. Das ist eine Phrase von dir. Aber Gott. Du bekommst jetzt mal so der was aufs Maul, ey. Lol. Ach komm, geht jetzt nicht los. Warte, 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 Tüten. Jawoll. Was, noch einer? Oh, fuck. Fuck. Ich muss abhauen, ich muss abhauen. Oh, ey. Oh, ich habe irgendeine Waffe aufgesammelt hier im Müll. Lade die halt mal auf, so scheiß Schild. Meine Fresse. Warte, Sticky Grenade fliegt. Ha, auf seinem Rücken. Hihi. Batsch. Warte. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Halleluja. Was habe ich denn da aufgenommen für ein Schrott? Schon wieder. Ich habe irgendwas aus dem Müll gefischt. Scheiße. Ist da oben irgendwie eine Kiste? Nö. Hm. Er braucht eine gute SMG. Wie gut? Was war denn da jetzt am Boden? Wieso habt ihr die hier liegen lassen? Weil die schlechte ist, wie meine. Ja, bei mir eben so. Wie viel Schaden? Also, ich compare die mal zu meiner. Alter, was ist denn? Das ist doch ein Machine Gun. Kleiner Pass dazu. Passt gleich. Nachgeladen? Ne, ist nicht nachgeladen. Ich kann wieder Berserker machen. Soll ich oder unnötig? Unnötig. Ich bin da nicht gerabt. Haha. Oh, da hat der Kopf. Nein, ist doch nötig. Okay, kann man nicht mehr. Da, 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 da. Wenn die Lieferanten auf dem Weg. Oh, da, 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 da. Ja, da, da, da. So, nachladen. Da vorne schlägt sich so ein Berserker mit einem kleinen Fisch. So. Oh, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ja, hier gibt's Muni ohne Ende. Wer braucht SMG Muni? Haha, ich am besten. Naja. Jo. Weil hier irgendwo eine Kiste? Ja, hier war eine Kiste, glaube ich. Erstmal den Müll hier durchforsten. Ah, Schrottwinte. Ah, neben. Kommt man hier hoch? Ich weiß es nicht mehr. Da oben ist nichts. Ah, man konnte hier hoch. Aber hier hinten, warte. Gab's hier hinten irgendwas? Nee, aber da drüben. Na, da komm ich nicht hoch. Sag mir nicht, ich komm jetzt hier nicht mehr raus. Doch, man kommt hier raus. Alter. Kommt mal einer von euch her, ich will auf eure Schultern steigen. Ja, okay. Dann zieht mal einer vor mich oder so. So. Ah, scheiße. Na komm. Trau dich. Leben. Ja, chill doch mal. Warum fliegt ein Sieg bei der Wehe? Hä? Man kann doch gar nicht aufgeschreckt. Nein, das geht nicht. Leben. Leben. Uh. Wer hat die Viecher aufgeschreckt? Na, ich natürlich. Bei 4. Na wieder. Mal, da droppt ein bisschen was hier. Das ist ja wie Weihnachten. Juhu. Moneten. Ah ja, 1000 EP. Vorsicht. So, hier rechts. Oben rechts steht einer nur so nebenbei. Ja. Mach ich. Aufs Fass. Aufs. Aufs Fass. Lass die Sau weg. Ach, f*** dich. Warte. Warte. Alter, wieso treffe ich den nicht? Nix mit weg. Hab ihn schon. Jetzt ist er weg. Sniperbrigade. Da-dam-da... Da-dam-da-da-da. Hier geht's ab. Ich würde rechts rum gehen. Fuck, keiner trifft. Ist ja verarscht ey, wie unpräzies ist denn das Ding Woh Woh Das ist so dicker Ich hab nur ein Schild Fuck Fuck nein 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 Leben 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 Ah hier gibt's Leben ja genau Chris kann mal kurz zu uns laufen Hier gibt's Leben Chris hat grad Probleme dahinten Oh dein Ding ist weg Oh hat der ein Raketenwerfer oder was? Nee einfach Waffe Brennt der? Ja der brennt Ah Chris Feuerbully Hey hier gibt's dann mal eine Mission Dass man ein bisschen Sniper zusammenbauen kann Die total scheiße ist Hä? Fällt mir grad wieder so ein Na ja weil's die scheiße ist Gut ist der tot? Nee Oh Gott Oh Gott Oh dieser weg dieser So hier drin gibt's nur Munitionskiste Und Geld Aber ich hätte in Erinnerung dass hier noch irgendwo eine Waffenkiste rumliegt Ja ja die kommt gleich Jo Ah hier war schon Ja er ist schon wieder vorne hey Ja ich bin Sniper für euch Ich seh hier unten noch ne Toilette Oh hier sind Schild ein gutes oder? Äh wer hat ein Schild noch unter 159? 163 Keine Ahnung man Was habt ihr denn für ne Recharge Rate? Ähm 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 18 14 Ja 18 Ich müsste Sachen verkaufen das Ding kostet 455 dann schmeiß ich was billigeres weg warte mal Für mich? Jo Ihr könnt traveln Ah fuck da wär grad Muni raus Das den Endgegner kenn ich auch noch Und den nächsten glaube ich auch noch und dann Dann wird's horny Ja